Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, ja, ich wünsche ihm ein frohes neues Jahr. Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo, ich grüße dich auch und ein frohes neues Jahr zu dir ebenso. Nachträglich auch noch, ja, keine Ahnung, frohe Weihnachten, das wünscht man sich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Aber ich sag's jetzt trotzdem mal, bist du gut reingekommen? Ja, ja, eigentlich ganz gut. Also, wir wohnen ja seit Juni in der neuen Wohnung. Und als ich dann mit meiner vierjährigen Tochter auf die Straße gegangen bin, war das extrem laut, weil diese Straße hier in Düsseldorf, wo wir wohnen, wie so ein Schacht ist. Und dass ich alles dermaßen laut anhörte, die hat's zehn Sekunden ausgehalten und dann musste ich mit ihr wieder rein. Aber danach bin ich nochmal nach draußen und hab den cleveren Trick angewandt, meine Noise-Canceling-Earbuds ins Ohr zu packen. Und das werde ich jetzt jedes Silvester so machen, weil das ist herrlich und da kann man sich dann wenigstens mal auf die Lichter konzentrieren, anstatt auf das Geballer. Und du selber? Ja, wir haben es ganz ruhig verbracht, wie eigentlich die letzten Jahre auch schon. Das war ja auch ein bisschen Corona-bedingt in den letzten Jahren, aber dieses Jahr haben wir es auch ruhig verbracht, weil wir jetzt auch einen Hund haben seit Neuestem. Und da musste man natürlich erstmal gucken, wie der überhaupt mit Silvester umgeht. Er stellt sich raus, völlig entspannt, hat einfach gepennt. Also das hat sie wirklich überhaupt nicht großartig interessiert. Und dann haben wir ganz gemütlich L'Oreal Papa Ante Porters geguckt, einfach nur um den Film so mitzusprechen. Und dann noch Enola Holmes 2 mit Billy Bobby Brown und Henrik Cavill. Falls ihr den ersten Teil nicht kennt, gibt's auf Netflix, ist sozusagen eine kleine Variante des Sherlock-Holmes-Themas. Sehr nett, sehr sympathisch, sehr unterhaltsam und durchaus auch spannend. Und da gab es jetzt vor ein paar Wochen den zweiten Teil, den haben wir uns auch angeguckt. Und dann war auch mehr oder weniger schon kurz vor Silvester. Und dann haben wir vor unserem Balkon aus einen tollen Blick hier über unser Dorf, wo die Autowolaut ein paar hundert Meter weiter durchaus ein paar tausend Euro in die Luft geballert hat. Ich mache das jetzt nicht mehr, aber nicht, weil ich nicht möchte oder so. Aber die letzten Jahre war ja verboten, habe ich es jetzt dieses Jahr einfach auch nicht irgendwie gemacht. Aber ich habe auf Twitter irgendwie und auch auf Facebook festgestellt, also Böller-frei ist das neue Vegan. Ist es? Ja. Ist es in der Tat? Ja. Dann gibt es in Düsseldorf nicht viele Veganer, weil als ich hier auf der Brücke war, du, das ging noch bis, keine Ahnung, ich war um eine Uhr hier unterwegs und habe mir das ein bisschen angeschaut. Da war überall von rundherum noch schön geböllert zu sehen, als ob so die letzten drei Jahre nachgeholt werden mussten. Also es war schon deutlich weniger bei uns und mir ist auch aufgefallen, dass unsere Nachbarn brav die Straße wieder geräumt haben. Also hier bei uns wirklich so direkt vom Haus war echt gar nichts. Aber nee, also wirklich meine Timeline bei Twitter und auch bei Facebook war so, oh ich baller nicht und so wirklich so ungefragt, wie so Veganer vor zehn Jahren oder vor fünf, sechs Jahren, die so jedem ungefragt ins Gesicht gesagt haben, war das jetzt auch so. Und alles wieder mit so einem moralischen Zeigefinger und ich weiß mehr als ihr und ich bin besser sehr unangenehm. Ich verstehe den Punkt absolut, aber es war einfach wieder sehr unangenehm moralisch. Du weißt was, wir sind jetzt in einem, wahrscheinlich auch dein Freundeskreis und mein Freundeskreis, wir sind in einem gesetzten Alter. Da haben wir das 30 Jahre lang mindestens hinter uns gemacht, haben das hinter uns, dass wir immer geböllert haben und alles. Und jetzt kommen alle raus und sagen, ist das denn alles so richtig, kann ich auch nachvollziehen, aber wir haben es 30 Jahre lang gemacht, die Jugend hat es noch nie 30 Jahre lang gemacht. Ja, eben. Na gut, also von daher, ich hab's hinter mir, ich baller auch jeden Tag mit dem Auto und daher, das reicht. Aber da du eben Loriot gesagt hast, fällt mir gerade mal wieder ein, muss ich einfach nochmal raushauen, hatte ich die per WhatsApp geschickt. Wir haben uns einen Wes Anderson-Film angesehen, den letzten, der über die Zeitung, ich hab jetzt schon wieder den Titel nicht mehr im Kopf. Aber da dachte ich mir, wenn Loriot noch leben würde und er mit Wes Anderson einen Film machen würde, wäre das filmische Perfektion. Ja, das kann gut sein, das kann wirklich ganz gut sein. Papa Ante Portas geht ja immer, also ganz ehrlich, wir haben für den Zeitpunkt ja beömmelt. Meine Lieblingsszene ist ja die im Zug mit Hedwig und Helmut, das ist einfach, das ist sensationell, ja. Über das Missgeschick eines Menschen spottet man nicht. Doch wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzel ich gern einmal. Wir können ja ganz viel mitsprechen, das ist einfach großartig. Aber wir sind ja heute wegen Star Trek hier und ich dachte mir, zum neuen Jahr, hab ich ja das letzte Mal vorgestellt vom Lieven Litarn die Bucketlist für Trekkies 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben sollte. Und ich geh jetzt einfach mal auf die Seite 20 und dann auf die Seite 23 und wir gucken mal eben schnell, was es da so gibt. Und vielleicht können wir dann nochmal einen Haken dran machen. Vor dem Schlafen gehen, Computerprogramm beenden sagen. Hast du das schon mal gemacht? Du, hey, Google Licht aus, jeden Abend. Ich hab gehört irgendwie, Amazon will seinen Assistant abstellen oder war das Siri oder irgendein Assistant soll noch abgeschaltet werden? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Die Sache ist, Alexa bringt keinen Umsatz und keinen Profit. Die hauen die Geräte raus, die Echo-Geräte bis zum Gehtnichtmehr. Weißt du ja, bei jedem Prime Day oder irgendwas kriegst du die Dinger nachgeschmissen. Jetzt nach endlich etlichen Jahren merken die mal, die kriegen keinen Umsatz damit rum. Die kriegen keine Geräte, kein nix. Als die mal versucht haben, Werbung darauf zu spielen, während irgendwas ablief, sind alle in die Luft gegangen, was das anging. Und du kannst nix damit erzielen. Außerdem hat Google größtenteils im Markt in den USA da übernommen, was das angeht. Und der Assistant ist deutlich praktischer als alles, was Alexa kann. Deshalb wird zumindestens überlegt oder gibt es Gerüchte darum, dass die Aktivitäten rund um Alexa heruntergefahren sind. Na gut, also ich habe so ein Ding nicht aus dem Grund, weil ich kein Mikro in meiner Wohnung haben will. Das wäre albern, weil mein Smart-TV hat ein Mikro, sogar die Fernbedienung. Da steht eine Playstation 4 mit Kamera rum. Also das wäre ein bisschen albern, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe einfach nicht die Infrastruktur und hätte sie mir dann auch extra anschaffen müssen. Und so den ganzen Smart-Home-Kram, den habe ich alles noch nicht. Ich kann, also wir haben es ja zumindest, wir haben Lichter. Wir haben in zwei Räumen so ein Google-Ding stehen. Und das ist ganz nett, gerade für Radio abspielen und dann irgendwie so ein Multi-Room-Ding zu haben, wo man mal Musik dann durch die ganze Wohnung kann. Wenn man Party mit den Kiddies macht und so. Aber ja, also es ist, wenn man es nicht hätte, würde man es wahrscheinlich nicht vermissen. Und es gab eine Diskussion mit meinem Bruder dann wieder zu Weihnachten, wo es um das Abhören ging. Und wo jeder sowieso das falsch versteht, was das angeht. Und jeder irgendeinen anderen Mythos im Kopf hat. Ja, ja. Lassen wir das. Lassen wir das. Wir fragen uns lieber. Chat-GPT ist auch das Ende der Menschheit und von Seos und Blauen überhaupt. Du kannst ja mal Chat-GPT schreiben, wozu Gott ein Raumschiff braucht. Das ist eine gute Frage. Werde ich die Tage mal tun. So, dann gehe ich auf Seite 23 und da können wir beide einen Haken dran machen. Denn ein Enterprise-Modell bauen. Für manche ist es eine wahre Qual, diese kleinen, mickrigen Plastikstückchen mit dem Kleber zusammenzufriegeln. Der überall klebt, nur nicht dort, wo er soll. Aber es gehört halt dazu. Wer weiß, vielleicht entdeckst du dadurch ungeahnte Fähigkeiten. Gut, so viel Kleber haben wir nicht gebraucht. Aber wir können einen Haken dran machen bei der Enterprise zusammenbauen. Sondern das haben wir getan, als wir letztes Jahr, kurz vor der Fetcon Jahr, das Playmobil-Modell im Livestream zusammengebaut haben. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Livestream. Ich habe mir was Nerdiges selber geschenkt. Beziehungsweise kannst du mir gleich nochmal über deine nerdigen Geschenke reden. Ich habe zwei nerdige Sachen so gekriegt. Einmal so ein kleines Lego Brickhats mit Ahsoka Tano. So ein kleiner Bausatz. Der kommt dann bei mir ins Büro, auf den Tisch. Und ich habe mir selber etwas geschenkt. Das kam dann unerwartet. Jetzt kurz nach Weihnachten hatte ich gar nicht mit gerechnet. Denn ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, einen weiteren Grund, warum ich nicht reich werde, für mich entdeckt. Ich habe nämlich mir wieder 500 Euro in Plastik investiert. Ich habe bei Hasbro und deren Haslab, das ist sozusagen das Prop-Department von Hasbro, ein Ghostbusters Protonen-Päckchen gebackt mit 480 Dollar oder so irgendwas. Und das kam jetzt völlig unverhofft und völlig verfrüht. Ein halbes Jahr ungefähr zu früh. Es hätte, glaube ich, Ende Q1 2023 erst ausgeliefert werden sollen. Aber sieh da, es kam schon leider nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten. Es kam dann einen Tag, also nach den Feiertagen kam es dann an. Ich muss schon sagen, das sind extrem gut investierte 500 Euro gewesen. Und wer das Teil live in Farbe und Boon sehen will, der kann am Montag den zweiten ersten Mal bei Twitch auf den Kanal von LastGeekTonight gehen. Nämlich von Nessi und von Christian. Und da werde ich nämlich morgen im Livestream bei denen im Studio das Ding mal dabei haben. Unboxing machen wir nicht, weil ich habe es ja schon ausgepackt. Aber ich bringe es da mal mit und dann führen wir das mal vor und werden das im Detail mal auseinandernehmen und uns anschauen und alle Knöpfe drücken und so. Und der Christian wird es auch bestimmt mal anziehen wollen und mal ein bisschen durchs Studio rennen. Am 2.1. um 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal von LastGeekTonight. Oder wenn ihr das natürlich hier dann nachhört, dann schaut doch mal da auf dem Twitch-Kanal vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was hast du dir ein Nerdiges geschenkt oder geschenkt bekommen? Naja, einmal habe ich mir selber was Nerdiges geschenkt, weil mittlerweile mit genug Geld holt man sich die Sachen, verteilt sowieso über das Jahr. So ein schöner 4K-Monitor steht jetzt vor mir, da kann ich ein bisschen schärfer arbeiten. Dann werde ich nicht nur schärfer, sondern der Bildschirm auch etwas schärfer. Und was ich geschenkt bekommen habe, neben Geld, was die Leute mir mittlerweile schenken, damit ich auf meinen nächsten Parabelflug sparen kann, eine wunderbare Herr der Ringe Ausgabe mit Illustrationen. Also wenn ihr da sucht nach dem Buch, Herr der Ringe in Einzelband, illustriert, in Leinen gebunden, in Fadenheftung, mit einem Rundumfarbschnitt, mit einer zweifarbigen Prägung, mit Illustrationen dazwischen in einem wunderbaren Schuber. Aber grandios, auch wenn die Seiten so dünn wie bei der Bibel sind, weil alles drei Bücher in einem sind und quasi durchscheint, ist das dann doch etwas Edles, was man in seinem Regal stehen kann, nachdem meine grünen Versionen von Herr der Ringe so langsam auseinanderfallen. Das habe ich in Schottland auch gesehen, dass gerade in den Buchhandlungen in Edinburgh waren Unmengen von Herr der Ringe Ausgaben und Hobbit Ausgaben. Also es ist unglaublich, wie viele Editionen es da gibt. Und bei Harry Potter auch. Es ist ja Wahnsinn, wie viele verschiedene Harry Potter Ausgaben es gibt. Vom illustrierten Prachtband bis hin zum Mini-Paperback als vereinfachte, einfache Sprache, Kindergeschichte. Es war unglaublich. Wahnsinn. Ich habe letztens noch eine wunderbare Edition gesehen, die, glaube ich, sogar mit Pop-Up-Dingern noch zwischendrin war. Wahnsinn. Kann man nie genug Geld verdienen für sowas. Nicht umsonst hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass jeder, der vierte Teil jedes Umsatzes im Spielwarengeschäft, zumindest in den USA, für die sogenannten Kiddals, es gibt wirklich die Sparte Kiddals, ausgegeben werden. Ab zwölf werden die gezählt. Das sind halt die Geeks und Nerds, die sich sowas holen, Merchandise und alles andere. Und das ist der einzige Teil wohl im Spielzeugwarengeschäft, wo jährlich gerade der Umsatz steigt und steigt und steigt. Ja klar, deswegen werden ja auch solche Sachen wie He-Man-Figuren wieder aufgelegt und so weiter, weil du dir jetzt, und ich habe es ja mit dem Protonenpäckchen ja nicht anders gemacht, weil du dir jetzt als Erwachsener halt eben den Kram kaufen kannst, den es entweder früher nicht gab oder den du halt nicht geschenkt bekommen hast. Ja, deswegen habe ich ja mir auch zwei Lichtschwerter mal geholt oder halt eben meine Stormtrooper-Rüstung und so weiter und so weiter. Also ich hole sozusagen den ganzen Kram nach. Also wenn ich diese Linie jetzt komplett fortführen würde, was ich einfach nicht tue, dann müsste ich eigentlich noch mir eine Kenner Tidirium zulegen. Die wollte ich nämlich immer haben, also das Imperiale Shuttle von Kenner, das war so der heilige Gral bei uns früher bei den Star Wars Action Sachen. Das hatte glaube ich niemand und ich habe es einmal im Spielzeugladen gesehen. So, das war es. Aber das war sackig teuer, zumindest glaube ich, dass es ziemlich teuer war. Es war schon, ich glaube, jenseits der 100 Mark, Inflationsbereich, das war schon relativ teuer. Ja, und das zweite, was ich mich letztens daran erinnert habe, was auch so auf meiner Liste, also ich habe da mal gegoogelt und man könnte es noch kaufen, aber das ist ein völliger Quatsch. Aber ich, vielleicht kennst du den noch, aber da bist du wahrscheinlich schon ein Ticken zu jung für. Es gab mal den von Tomi, also nicht die Soßenmarke, nicht die Senfmarke, sondern von Tomi, so eine Kinderspielzeugmarke, die hatten mal den, jetzt muss ich gerade mal gucken, den Omnibot 2000. Das war so ein, ja, ich würde mal sagen, kniehoher, also jetzt beim Erwachsenen ungefähr, schienbeinhoher, ferngesteuerte Roboter. Und auch der kostete, glaube ich, so 400, 500 Mark oder so oder sogar noch mehr und der hatte ein Kassettendeck und dann konntest du durch die Fernbedienung reinsprechen, dann konntest du dir dann Funksignale geben, konntest du den Fernsteuern und der konnte auch programmiert werden, dass dir dir irgendein Tablett reicht und irgendwie so ein Quatsch. Das ging alles und den habe ich auch mal im Spitzzeugladen gesehen, habe ich natürlich auch sensationellchen gerne gehabt, aber den gab es nicht. Den kann man defekt gerade bei eBay Kleinanzeigen schießen für 480 Euro, aber es ist keine Fernbedienung mehr dabei und weiß ich nicht, ob andere, also meine ich, aber man könnte, ja, also man könnte den Omnibot 2000. Weißt du, was ich früher in den 90ern als Kind immer haben wollte? Das habe ich bei uns im Dorf im Uhrengeschäft gesehen, diese blöden Uhren mit einer Fernbedienung und einem Rechner mit drin, die es damals so gab. Nicht die klassischen Casio Uhren, ich glaube, das Ding war auch von Casio, aber das hatte eine fest, fette Tastatur mit drin, dass es quasi eine Fernbedienung und ein Taschenrechner damit drin war. Eine Fernbedienung für was denn? Ich glaube, für Fernsehen oder so, auf jeden Fall, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall war es so eine Fernbedienung mit Taschenrechner und allem, Entschuldigung, eine Uhr, eine Armbanduhr mit dem ganzen Zeug drauf. Das fand ich früher immer geil, aber das war so die Zeit, als das höchste Gefühl der Technik so noch der Gameboy war. Ja, das stimmt allerdings. Da habe ich letztens auch noch ein lustiges Video gesehen, warum halt das N-Gage gescheitert ist. Rise and Fall of the Nokia N-Gage. Und ich weiß noch, als ich damals Anfang der 2000er bei Ubisoft gearbeitet habe und wir das erste Mal so ein N-Gage hatten und da fand ich das so die ersten zehn Minuten eigentlich ganz cool, bis ich dann festgestellt habe, dass man, das war die erste Generation, dass wenn man das Spiel wechseln wollte, dass man dann den Akku rausnehmen musste. Und damit halt dein Telefon auch de facto wieder neu starten musstest komplett. Und deswegen hieß das ja in den USA dann auch Tacophon, weil man das Ganze nicht wie mit der Tastatur sozusagen flach an sein Ohr gehalten hat, sondern so seitlich. Und dann sah das halt extremst albern aus. Hat sich nicht so ganz durchgesetzt, auch der Nachfolger nicht. Und ja, das war nochmal ganz nostalgisch, das so auf YouTube nochmal zu gucken. Und wer von den Hörern uns jetzt sagen kann, in welcher Episode Chris genau diese Geschichte schon mal erzählt hat, der kriegt Bonuspunkte, wenn er es in den Kommentaren reinschreibt. Der bekommt, der bekommt als Preis, der bekommt als Preis die 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben sollte. So, ja, das lose ich jetzt mal aus. Ja, wieso nicht? Genau, also in welcher Episode habe ich das schon mal gesagt? Stimmt, jetzt wurde es, ich habe es schon mal gesagt, aber egal. Was ich auch beim letzten Mal gesagt habe ist, und da fehlt uns ehrlich gesagt noch ein bisschen was. Wir haben ja auch mal dazu aufgerufen, dass sie uns mal Ideen einsendet, was wir denn mit der Star Trek, der Film Directors Edition Complete Adventure Box anstellen sollen. Also beziehungsweise, was wir da mit dem Film oder dem Bonusmaterial irgendwie machen sollen. Außer schnöder Audio-Kommentar ist erlaubt. Außer uns natürlich irgendwie kaputt machen oder es einfach irgendwie verschenken. Also schreibt uns doch da mal. Und Michael, wo können uns die Leute denn am besten erreichen? Das machen sie immer, indem sie auf nerdizismus.de gehen und da uns alle unsere Beiträge, unsere Podcasts, unsere Videos, unsere Shows und alles, alles, alles sowieso wiederfinden. Und das Wichtigste, was ihr da wieder findet, ist die einerseits E-Mail-Adrenze, die Info-App nerdizismus.de, wo ihr uns immer gerne Feedback rüber schreiben könnt. Oder auch immer wieder über die WhatsApp-Nummer 01525-9647-709. Das ist das neue Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Egal. Und wer mitdiskutieren will, wir grooven uns wieder dieses Jahr ein. Geht bitte auf Discord, nerdizismus.de slash Discord. Und ich verspreche, dass ich bei den nächsten Episoden meinen Neujahrskater hinter mir habe. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Spotify, Podcast Addict und bei iTunes. Das hilft einfach, dass diese Show besser im Algorithmus gerankt wird. Dass der Algorithmus glaubt, das wäre ja auch ein guter Podcast. Ich glaube, es ist auch ein ganz okayer Podcast. Also von daher würden wir uns freuen, wenn ihr da einfach mal eine Bewertung hinterlasst. Und natürlich empfehlt uns auch immer weiter. So, wir haben eine Nachricht bekommen, die möchte ich mal vorlesen, weil die so schön war. Und zwar schreibt uns die Demi, hallo zusammen, wollte nur noch mal loswerden, wie toll es war, Michaels Erzählung vom Parabelflug zuzuhören. Das ist auch ein sehr großer Traum von mir. Und es war wirklich schön zu hören, mit wie viel Euphorie Michael davon gesprochen hat. Ich habe mir tatsächlich vorhin die Ausschlusskriterien angeschaut, um zu überprüfen, ob irgendwelche Krankheiten dabei sind, die mich daran hindern würden, das auch mal zu machen. Ich fange dann mal an zu sparen. Vielen Dank für diese ganzen Eindrücke. Ich vermute mal, du hast es direkt über die Webseite von Dovespace gebucht. Ja, ja, Novespace. Ah ja, Novespace. Okay. Liebe Grüße aus dem Europaport, die Demi. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Michael, also deine Geschichte kam gut an. Ja, wunderbar. Spendet. Wir sollten uns ein Patreon aufmachen, damit ich noch mehr solche Geschichten erzählen kann. Ja, was nicht so gut ankam, sind leider die nächsten zwei Folgen oder zumindest die nächste Folge von Star Trek Strange New Worlds. Zumindest bei mir irgendwie nicht so. Zwei Folgen, sieben und acht, die wir heute besprechen werden, die mich etwas gemischt zurückgelassen haben. Mal schauen, wie sie bei dir angekommen sind. Wir wollen mal anfangen mit der Folge sieben des Serene Squall. Das haben die tatsächlich auf Deutsch wortwörtlich übersetzt, nämlich die heitere Sturmböe. Ach, wunderbar. Also, ja, das ist die wortwörtliche Übersetzung, aber ich sag mal so, ein bisschen sinntreuer hätte man es durchaus machen können. Das wäre, glaube ich, echt ein Ticken besser gewesen. Aber gut, okay. Ja, das ist dieses Typische, wo Leute, also wo wieder kein Budget dafür da ist, dass Nerds das übersetzen oder Leute, die da drin sind. Genauso wie ich immer bei Facebook oder Twitter irgendwelche Rick and Morty Werbogen-Ads sehe, wo was geschrieben wird. Der verrückte Wissenschaftler ist wieder mit seinem Sidekick unterwegs. Und ich denke, habt ihr diese fucking Serie schon mal gesehen, wenn ihr die hier bewirbt? Äh, naja. Okay, kann ich jetzt nicht mitreden, aber Rick und Morty-Fans werden wissen, was der Michael meint. Also, es geht darum, die Enterprise verfolgt Raumpiraten, die angeblich Föderationsbürger entführt haben. Und Captain Pike leitet ein Außenteam, mit dem er das Raumschiff der Angreifer erobern will. Doch er läuft in eine Falle. Gleichzeitig ändern die Piraten die Enterprise. Bordgast Dr. Aspen entpuppt sich als Captain Angel und damit als Anführerin der Piraten. Sie will ihren Geliebten aus der vulkanischen Rehabilitationseinrichtung freipressen. Spock droht der Tod, falls seine Verlobtete Brink nicht nachgibt. Doch Pock und Spike spielen nach eigenen. Doch Pike und Spock, habe ich gerade Pock und Spike gesagt? Ja, doch Pock und, das war es auch schön, spielen nach eigenen Regeln. Ja, die Folge 7. Fangen wir mit dem Guten an. Psybock und alles, was man daraus machen kann. Und ganz ehrlich, das war es dann auch schon. Finde ich jetzt nicht. Ich finde diese zwei Folgen, also die nächste ist, fand ich wirklich jetzt, also sie fängt irgendwie ganz gut an, aber am Ende des Tages ist es halt, also das sind zwei Folgen, sowohl die 7 als auch die 8, bei denen man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, das ist zwar ganz klassische Track-Geschichten, ja, aber sie haben halt auch so 0,0 Twist. Und was mich ärgert jetzt, und wir haben noch zwei Folgen, die 9 und die 10, und ich bin gespannt, welche Storys uns da noch aufgetischt werden. Aber mich ärgern jetzt so langsam diese ganzen losen Handlungsstränge, die alle aufgemacht werden und die offensichtlich in dieser Staffel kein Ende mehr finden. Wir haben diese Tippring-Nummer, die, sagte ich beim letzten Mal schon, canon technisch etwas schwierig ist, weil es eigentlich so ist, dass, also inzwischen kennt die jetzt ja jeder, aber in TOS kennt sie halt keiner. Also, das ist jetzt halt auch nicht so, dass das irgendwie nur so nebenbei erwähnt wird, sondern sie, sie kennt halt einfach da keiner. Und das ist auch irgendwie so Operamäßig, Soap-Opera irgendwie, dann haben wir die Gorn-Nummer, die nicht weiterverfolgt wurde bisher. Dann, diese Hochzeitsnummer hatte ich gerade eben schon erwähnt, die nicht weiterverfolgt bisher, über Pykes Ängste und seinen Struggle mit seinem nahestehenden Tod oder dem Wissen um seinen Tod, da kam auch schon lange nix mehr. Dann wird jetzt hier noch die Captain Angel und Cyborg-Geschichte aufgemacht, die ja offensichtlich auch noch weitergeht. Ja, aber war es früher sehr viel anders? Also, wir müssen uns ja jetzt wirklich fragen, Strangely Worlds ist ja ganz klar nach TOS mit ein bisschen TNG modelliert, was das angeht. Und die machen doch im Prinzip hier Ähnliches. Damals hatten sie natürlich ein paar mehr Episoden, die dann aufgebaut worden sind, vielleicht bei TOS nicht unbedingt initial, was das anging, aber im Nachhinein schon. Zu TNG-Zeiten hatten halt alle Serien 24 Episoden und da konnte man sich sehr viele von diesen einzelnen Dingern leisten und TNG hatte jetzt natürlich auch nicht den einzelnen Storystrang, an den man sich jetzt so heranhangeln konnte. Deshalb kannst du ja auch jede TNG-Folge aus dem Nichts heraus wieder sehen und hast du trotzdem Spaß daran. Es ging ja dann eher um das Ding in den Episoden selber, um die Charaktere in den Episoden, wie die damit umgehen, wie das Team damit umgeht, wie die ganze Crew damit umgeht. Und nichts anderes ist es ja jetzt, nur dass vielleicht deine Erwartungshaltung höher ist, dass dann doch noch irgendwas mal an mehr, ja, dass sich dann doch irgendwie so ein Netz dadurch zieht, so ein roter Faden, dem man ein wenig folgen kann. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt ernsthaft wirklich zu viel erwarte, also ich meine, wie du immer sagst, wir sind halt auch 30 Jahre weiter und jetzt zu sagen, okay, ich gehe auf das alte Track-Grundkonzept runter und habe mein Planet of the Week, das ist ja auch, das finde ich ja auch toll, ja. Ja, aber jetzt halt eben Dinge aufzumachen und zu dem zum größten, meiner Meinung nach Fail dieser Staffel kommen wir ja in der nächsten Folge noch. Aber jetzt hier halt laufend Dinge aufzumachen, die dann auch jetzt irgendwie aber dann nicht wirklich weitergeführt werden oder zumindest halt nur so halbherzig oder teilweise halt auch gar nicht. Und manche Sachen einfach auch sich überhaupt nicht weiterzuentwickeln, das kann ich mit, also sagen wir es mal so, das könnte ich bei der ersten Star Trek-Serie nach x Jahren, also praktisch, wenn das Discovery wäre, noch ein bisschen nachvollziehen oder noch ein bisschen verzeihen. Aber da sind wir jetzt halt auch schon wieder in der Discovery, fünfte Staffel, PK, dritte Staffel und hier jetzt, also wir haben jetzt da schon irgendwie wieder über 100 Folgen Star Trek produziert plus Lower Decks und Prodigy, da habe ich einfach ein gewisses anderen Anspruch und das sind so diese Kleinigkeiten, die mir so ein bisschen in der Masse einfach auf den Keks gehen. Das ist so ähnlich, wie, dass Stormtrooper nix treffen war für die Filme noch okay, weißt du? Aber jetzt, wo du es halt in der Serie jede Woche siehst, denkst du dir so irgendwann so, ah, come on, ja, das passt jetzt halt irgendwie nicht mehr. Und hier fängt es mir in der Anfangsepisode irgendwo oder in der Anfang der Episode schon an, was mir wirklich so langsam auf den Keks geht, da ist jetzt hier die T'Pring einfach nur so ein Beispiel für, dass wir, dass die ganze Serie eigentlich relativ chauvinistisch irgendwie ist und zwar chauvinistisch dahingehend, als dass halt menschliche Literatur, Musik, Filme etc. anscheinend der Goldstandard in der Milchstraße sind oder zumindest in dem verdrannten Sinn, dass alle, sogar die Vulkanier ständig daraus zitieren müssen. Und das ist ganz nett, wenn der Picard da seinen Shakespeare raus zitiert, aber es geht mir wirklich inzwischen auf den Keks, dass also alle anderen, ich weiß nicht, ob da sich die Autoren so sonderlich schlau vorkommen, wenn sie dann da in dem Fall irgendwie so ein sexualtherapeutisches Buch raussuchen und so. Oh, es ist, es ist auf, in der Masse einfach einen Ticken anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, aber jetzt hier in dem Fall kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn, wenn Sonne T'Pring sich mit Erdenliteratur beschäftigt, in dem Kontext hat das doch meiner Meinung nach ganz gut gepasst. Und zu deinem Thema, dass es sehr viele lose Stränge sind. Ich finde, wir haben durchaus einen gewissen roten Faden, was gerade so die Beziehung von Spock angeht, die ja durchaus stark im Fokus in dieser Staffel stand und die Probleme, die die bewältigen müssen. Ich war eher darüber überrascht, dass wir hier schon wieder eine T'Pring-Episode bekommen. Ich hatte gedacht, das dauert jetzt erstmal bis zur nächsten Staffel, bis wir wieder was haben. Ich fand, am Ende fand ich es aber ganz nett, weil das uns einfach vielleicht die Kenntnisse der Charaktere noch ein bisschen vertieft und dann den zwangsläufigen Bruch zwischen den beiden noch, noch wieder vertieft, was das, was das angeht. Und ich finde auch hier spätestens in dieser Episode merkt man, wie diese Crew zu einer richtig festen und gemeinsam arbeitenden Crew wird. Das waren sie vorher auch in gewissen Teilen schon, aber man merkt so langsam, wie sich alle integrieren und wie auch der Teamgeist geschürt wird. Allein wie die drangehen und so nebenbei eine Meuterei anfachen oder wie die zusammenarbeiten, um überhaupt die übernommene Enterprise wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, merkt man, wie so langsam die Crew weiter zusammenschweißt und wie jeder seine eigenen Stärken auch raushauen kann. Und das habe ich für mich so ein bisschen aus dieser Episode vor allen Dingen gezogen, dass man merkt, diese Crew wird zu einer Crew und stellt sich dann neuen Gefahren und neuen Gegnern wie der Aspen slash Angel jetzt am Ende, die durchaus nochmal wieder kommen wird, denke ich mal. Und so ist es, so ist für mich wird in dieser ersten Staffel mehr die Basis dafür geschaffen, welche Themen man in den nächsten Staffeln vielleicht nochmal wieder besucht und vertieft, was das angeht. Und ich fand jetzt, auch wenn das eine relativ Standardgeschichte mit der Übernahme der Enterprise war und dem Twist, dass sie dann doch die Anführerin der Rebellen ist und sowas. Den mal wieder keiner von der Crew hat kommen sehen. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon mit dem Kind, ne? Genau. Mach keinen Background. Niemand macht mal einen ordentlichen Background-Check zu den Leuten, die an den Port kommen. Aber letztendlich, als Charakter auch die Schauspielerin fand ich ganz charmant, wie die das gemacht hat. Die hat ja eine gute Chemie durchaus mit ihren Gegenspielern, was das angeht. Und ich glaube, hier ist sehr viel Potenzial, da einen wiederkehrenden Bösewicht mit reinzubringen. Und das mochte ich an der Episode, dass sie halt wirklich einerseits das vertieft, was wir im Laufe der Staffel gesehen haben. Und andererseits nochmal Grundlagen schafft, die die hoffentlich in mindestens fünf Staffeln nochmal ein paar Mal wieder aufgegriffen werden. Kurz ein paar Infos zu der Schauspielerin, die ich auch durchaus ein bisschen drüber, aber sympathisch drüber fand. Ihr Name ist Jessie James Keitel. Scheint ganz sicher nicht ihr echter Name zu sein. Hat sie was mit Harvey Kattel zu tun? Nee, sie ist eine amerikanische Schauspielerin, Schriftstellerin und Künstlerin. Ja, ich glaube, der Name könnte daher kommen, dass es nämlich eine Transgenderfrau ist. Guck an. Okay. Sie habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr Queer as Fork geguckt habt. Das war ja mal so eine Serie. Ich glaube, die lief bei uns auf Netflix, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Da hat sie auf jeden Fall schon mal mitgespielt. Ich kannte sie jetzt nicht. Aber sie hat es gut gemacht. Wie gesagt, so ein Ticken drüber. Aber das war schon im Grunde genommen ein, ja, ich sag mal so, das könnte so ein bisschen so Q-mäßig werden. Weißt du, so ein Charakter, der immer wieder kommt und die Crew so ein bisschen nervt. Weil so ganz bierernst war die ganze Nummer jetzt ja auch nicht ausgelegt. Und das wäre so ein weiterer Kritikpunkt dieser Folge und auch der Staffel, die mir in manchen Bereichen doch sich nicht so genau entscheiden kann, ob sie sich jetzt ernst nimmt oder ob wir jetzt so eine Comedy-Episode haben. Wir hatten halt erst eine Comedy-Episode und jetzt haben wir wieder einen, die zumindest an manchen Stellen dann sehr humorvoll doch gespielt wird. Und ich hadere so ein bisschen. Wie gesagt, bei 24 Folgen würde ich das, glaube ich, nicht machen. Bei 10 war ich mir mit dem Ton dieser Staffel oder dieser Folge einfach auch nicht so sicher. Und der Schwester Chappell kann sich halt jetzt mal langsam auch mal entscheiden, wen sie jetzt irgendwie was anfangen. Naja, aber zumindestens diese grundlegende anbahnende Romanze zwischen ihr und Spock, die hat sich ja auch in den letzten Folgen ein bisschen aufgebaut. Ja, das stimmt allerdings. Nachdem wir aber nochmal, ich hatte es ja gesagt, beim letzten Mal noch, oder in der letzten Folge noch gefragt habe, ob wir nicht vielleicht für Ortega und Chappell schippen. Aber offensichtlich war das nur so ein Blick, der keine tiefere Bedeutung hatte. In einer Sache muss ich mich übrigens noch korrigieren oder in zwei Sachen muss ich mich noch korrigieren. Zum einen hatte ich beim letzten Mal mich wohl versprochen und habe gesagt, dass eine Lirpa eine klingonische Lanze ist. Es ist natürlich nicht eine vulkanische Lanze. Und ich habe angenommen, dass dieses Riesenquartier gar nicht vom Spock auf der Enterprise ist, sondern auf der Raumstation ist es aber nicht, ist doch sein Zimmer auf der Enterprise. Was ja auch irgendwie passt, weil zumindest das vom Pike ist ja auch riesig. Der hat ja sogar einen Kamin. Das von Una haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist die Kajüte von Number One. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, okay, wenn man sich so an die Quartiere von zumindestens der Picard-Crew erinnert, die waren ja auch nicht unbedingt klein. Aber nicht so groß. Der Jean-Luc hat nicht so ein großes Zimmer gehabt. Und auch keinen Kamin. Ja. Nee, 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 nee. Die haben alle so schlauchartige Sachen gehabt. Da bist du reingekommen. Und dann stand da das Sofa, der Schreibtisch und eine kleine Essecke. Und dann ging es mehr oder weniger schon ins Badezimmer und zur Schalldusche. So war so das Standardding. Das stimmt. Und alles in schönem Lila gehalten. Aber wie wir von Discovery ja wissen, können solche Schiffe ja durchaus so wie so eine TARDIS sein, innen größer als außen. Ach, erwähne es doch nicht jedes Mal. Erwähne es doch nicht jedes Mal. Wo sich der Writers Room dann auch lieber mal dran hätte erinnern sollen an das, was er am Anfang der Folge, wo sie mich sagt, wo extra noch ein Plotpoint. Da frage ich mich mal, warum erwähne ich das, wenn ich es dann 20 Minuten später vergesse. Sie sagen am Anfang extra noch, wir können keine Starfleet-Hilfe anfordern, weil wir sind ganz am Rande vom Starfleet-Bereich und da braucht eine Nachricht zwei Tage, bis sie überhaupt ankommt und die Antwort nochmal zwei Tage. Aber wenn sie dann Vulkan anrufen, dann geht das in Echtzeit. Und die bringen es dann auch innerhalb von Minuten da. Und da frage ich mich immer, warum den Satz halt am Anfang reinschreiben, wenn ich es später dann wieder vergesse. Moment, aber da war die Enterprise doch schon längst übernommen. Ja, und die haben dann eben Subspace-Bojen ausgelegt oder was? Nö, aber vielleicht sind die aus den, das ist jetzt nicht explizit erwähnt worden, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dadurch, dass sie es auch mal übernommen haben, sind sie auch in den entsprechenden Bereich geflogen, wo es besser geht. Okay, von mir aus. Also wenn man, wenn man, wenn man kleinkariert sein will, dann stimmt das völlig. Dann hätten die Echt nicht direkt kommen. Ich bin kleinkariert, das ist der Sinn dieses Podcasts. Und wenn ich nochmal kleinkariert bin. Dann hätten sie nicht direkt die Kommunikation aufnehmen können. Und ich bin nochmal kleinkariert, weil der Writer's Room immer noch nicht verstanden hat, was ein Deflektor ist. Ja, und dass es einen gibt, jedes Mal fliegen seit 2009 Schiffe durch Asteroidenfelder, übrigens hier, tada, das Asteroidenfeld der Woche, durch Asteroidenfelder, um regelmäßig von Asteroiden getroffen zu werden. Da gibt es einen scheiß Deflektor da unten, das ist dieses lästige, dieser Schirm, der da unten ist. Der ist dafür da, um solche Sachen wegzudrücken. Einmal das Technical Manual lesen, einmal Michael Okuda fragen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Aber das wissen die nicht. Da beschweren sich, glaube ich, Star Trek-Fans seit 2009 drüber und sie machen es einfach nicht. Nur ist die Frage, wie es zustande kommt. Ob es dadurch zustande kommt, dass jemand das nicht in die Anweisungen für die CGI-Artists reinschreibt und dementsprechend die Leute das nicht richtig drin haben. Vielleicht haben die Autoren im Writer's Room, vielleicht regen die sich ja auch darüber auf. Nur derjenige, der es dann weiter kommunizieren muss an die Effektfirmen, der hat dann so einen Artist da, der sagt, so eine Explosion auf der Höhe ist so viel netter. Oh Gott. Ja, vielleicht ist das ja auch so. Ja, aber du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht dabei. Und nein, ich glaube, es ist einfach for visual purpose only. Ja. Wie vieles. Ich meine, wir haben ja zum Glück nicht die Lens Flares hier. Oder zumindest in kleiner, kleinen Dosen, was das angeht. Was ich allerdings mag, ist, ich mag einfach immer mehr dieses Schiff und diese Brücke. Ja. Also das ist. Ich mag das Intro. Ja. Danke. Die Lens Flares immer mehr das Intro. Ja. Ich skippe es nicht. Nee. Ich mag das Intro auch. Die Musik, ja, die klingt immer noch so ein bisschen wie so ein Knock-off. Aber ich mag das Intro trotzdem, auf jeden Fall. Ja, es macht jedes Mal aufs neue Laune. Sie lassen sich ja wirklich auch teilweise 10, 15 Minuten Zeit. Diesmal nicht ganz so lange. Diesmal waren es so sieben Minuten. Du, ich mag selbst die Musik dabei. Ich mag diesen Twist da drauf. Klar, es ist das klassische Star Trek Tune. Aber dieses leicht, dieses leicht wundersame, dieses dann teilweise auch recht militaristische Thema, was da mit drin ist, passt für mich ganz gut in dieses Erkundungsding, was die ja auch hier wieder haben. Deshalb, ich bin ein Fan davon und ich skippe es auch nicht mehr. Ja, ganz ehrlich. Und ich meine, das ist ja auch ein Score von Jeff Russo. Ich bin kein Freund von seinem Discovery und schon gar kein Freund von seinem PK-Score. Ich finde die beide nicht gut, um es mal so zu sagen. Aber hier finde ich das absolut, wie gesagt, es ist ein Ticken zu nah dran für mich. Es klingt, wie gesagt, wie so ein Fanfilm, so knapp dran vorbei. Aber na, alles gut. Also ich mag das Intro definitiv auch. Und ja, das Letzte. Und dann bin ich ja auch fertig jetzt mit meinem Gemotze für diese Folge. Dann kommen wir noch zu zwei, drei anderen Story Points. Was ich halt auch inzwischen leider nicht mehr mag ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine, weiß ich nicht, ob man da die Fans so trollen will, ist, dass man halt jedes Mal mit diesen Effekten rund um die Toljana spielt. Also ich weiß nicht, ob dir die Toljana was sagen. Es gibt ja diese ganz bekannte Folge, The Tolian Web, das Spinnennetz, wo die Enterprise ist, glaube ich, die dritte Staffel, zehnte Folge, neunte Folge, irgendwie sowas, wo die Enterprise den Toljanern eben gefangen wird und sie dann so in so einem, ja, Netz aus Strahlen, Kraftfeldern, whatever, gefangen sind. Und das sieht halt relativ ikonisch aus und das ist bei den Fans auch so, so drin, ja. Und jetzt wird halt, sowohl im PK hat man da mitgespielt, am Ende war es dann halt nur vom Dr. Sung Nummer 378 sein Drohnennetzwerk, ja. Und hier jetzt halt schon wieder, dann sieht man so im Teaser von der ganzen Staffel, sah man halt eben dieses Lasernetz, wo dann die Enterprise drin gefangen war, was halt einfach frappierend ähnlich zu diesem Toljan Web aussieht und dann kommt es halt nicht. Und dann weiß ich halt nie, ob das inzwischen so Absicht ist, ja, dass sie halt so sagen, ha, 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 da haben wir schon wieder die Fans reingelegt, die warten schon wieder aufs Toljan Web und dann kommt es nicht. Oder ob es ist halt, und dann sind wir wieder bei dem, was wir gerade eben hatten, was die Asteroiden angeht, ob sie es halt nicht besser wissen, ne. Das ist so, hm, da finde ich, könnte man einfach auch mal, weiß ich nicht, es ist zu viel verlangt, sich mal alte Folgen anzugucken und zu sagen, ach, okay, so sieht das aus und dann machen wir es nicht so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch sogar extra gemacht wurde. Ich meine, die Macher, die Macher betonen es ja immer wieder, dass sie sich nicht zu kleinteilig im Lore verirren möchten, was das angeht. Einerseits möchten sie natürlich die Hardcore-Fans die Trekkies beruhigen, ja, wir kennen unseren Lore, aber andererseits betonen sie immer wieder, das ist ein, das ist New Trek, das ist für neue Leute, die, wir wollen was Neues aufbauen und ja, auch wenn es hier eine Prequel-Serie ist, glaube ich, werden solche Inkonsistenzen oder zumindestens offensichtlichen Ähnlichkeiten dann bewusst in Kauf genommen. Ja, und da sind wir wieder bei dem, was ich eigentlich beim letzten Mal schon mit dir besprechen wollte, aber ich hatte es dann vergessen. Es ist halt leider so, dass dieser Plan schlicht und ergreifend nicht aufgeht. Dieser Plan, neues Publikum für Star Trek zu begeistern, es funktioniert einfach nicht. Ich habe mir mal wieder die Suchanfragen angeschaut und habe verglichen 1899 die Netflix-Mystery-Serie mit House of the Dragon, mit Endor, mit Strange New Worlds und einfach um so eine Basis zu haben, mit Gute-Zeite-Schlechte-Zeiten. Und wenn Gute-Zeite-Schlechte-Zeiten die 100 Prozent sind, weil das einfach mehr oder weniger eine Konstante ist, die das ganze Jahr immer mehr oder weniger jeden Tag das gleiche Suchanfrage hat. Dann hat House of the Dragon im Vergleich dazu, zu seinen Spitzenzeiten, also in der, in der zu ersten, zu den ersten zwei Folgen knapp 200 Prozent mehr Suchanfragen und geht dann am Ende so auf 150 Prozent, also runter. Es ist immer ungefähr so 50 Prozent mehr als, als das, was GZSZ die ganze Zeit hat. Und 1899 piekt auch kurz über GZSZ drüber, vielleicht so auf 120, 130 Prozent, um dann so knapp drunter zu fallen und dann so zu verflachen. Aber das kam ja auch, glaube ich, alles auf einmal raus, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, das guckst du natürlich sofort und dann zack, weg. Bei House of the Dragons ging das natürlich über die vier, sechs Wochen lang oder acht Wochen wie lang, das ging halt eben durch. So, und jetzt nehmen wir mal Endor und wir nehmen mal Strange New Worlds. Und das ist, nochmal, wenn also GZSZ die 100 Prozent ist, dann reden wir hier von einem Anteil von vielleicht 10, 15 Prozent. Da piekt nicht mehr was. Also Endor so ganz kleines bisschen und Strange New Worlds ganz kleines bisschen. Das ist wirklich, das ist meilenweit von House of the Dragon weg. Hierzulande oder weltweit? Ja, hierzulande, hierzulande, ja. Hierzulande. Ja, aber hierzulande ist es ja völlig nachvollziehbar. Weil, also, es liegt ja allein an der Release-Strategie, das Ganze. Das Ganze auf Paramount Plus zu beschränken. Übrigens, es hat auch nicht im Sommer gepiekt, ne? Also, es hat auch nicht im Sommer gepiekt, ne? War so, auch im Sommer hier. Also, international meinst du? Nee, nee, hier bei uns. Also, hier bei uns hat es auch im Sommer in den USA rausgesucht. Es juckt einfach. Ja, klar. Es juckt kein, es ist kein Must-Have. Es wird nicht, also, das meine ich ja mit Release-Strategie. Es wird auf Paramount Plus released. Es wird in den USA released. Es wird nicht hier released. Wenn es so ein Amazon hätte, dann wäre es schon wieder was anderes. Ich weiß ja nicht gerade, wie Picard da wieder im Vergleich ist. Auch, ich habe Picard dann auch mal dazu gezogen. Auch das wäre ein Ticken besser gewesen, aber auch nicht mehr, ja. Mandalorian wäre noch über diesem GZSZ-Strich gewesen. Weit drüber, die erste Staffel. Also, du kannst ja fünf Jahre zurückgehen. Aber du musst einfach konstatieren, dass Star Trek und Star Wars sind zurück in ihrer Nerd-Bubble. Und sie interessieren die breite Masse nicht mehr, außerhalb von einem Star Wars-Kinofilm oder vielleicht mal einen Star Trek-Film. Aber da sind ja im Moment überhaupt keine mehr angekündigt. Es ist einfach de facto zurück in der Nerd-Bubble. Und da, wenn du, du bist ja immer der Verfechter von, die müssen halt am Ende Geld damit verdienen, da werden sich einige umgucken. Weil damit verdienst du entweder nur noch mit uns Fans Geld, okay, aber dann könnt ihr auch wieder das machen, was wir sehen wollen. Da ist ja Strange New Worlds jetzt auch der richtige Weg. Wir sind ja auf dem richtigen Weg. Aber das ist für mich mit der Draufsicht ein klares Bekenntnis dafür, dass es ein Discovery, ein PK nicht geschafft hat, neue Leute, aber natürlich auch ein Endor, ein Mandalorian etc., neue Leute für Star Wars und Star Trek zu begeistern. Ist am Ende des Tages nicht passiert. Ich glaube, die Leute hören Star Trek, die hören Star Wars und sind, wenn sie keine Nerds sind, einfach schon raus. Ich glaube, bei Star Wars ist es noch ein bisschen höher als bei Star Trek, weil Star Wars durch Disney Plus ein bisschen mehr Verbreitung das hat. Die sich auch mal eine Plakatwerbung können und sowas. Ja, Plakatwerbung in meiner eigenen Bubble, wenn die Leute darüber sprechen, es sprechen schon ein paar drüber. Bei Star Trek spricht keiner. Bei Star Trek spricht keiner, weil es einfach nicht bei Netflix und Co. mehr läuft. Als Discovery damals bei Netflix lief, da habe ich immer mal wieder von Leuten darüber gehört. Aber jetzt ist ja einfach die Erreichbarkeit gegen Null, was das angeht. Ich meine, man merkt es ja allein auch hier wieder an der Strategie, dass zwei Folgen pro Woche rausgehauen werden sind. Das ist uninteressant, falls es schon längst gelaufen ist, weil man keinen Bust dafür generieren will. Vielleicht könnte es in der nächsten Staffel interessanter werden, weil die Leute endlich mal was Nettes über Star Trek wieder reden. Vielleicht die Geeks, also Nerds was Nettes drüber reden. Das könnte dem Ganzen mehr Bass geben. Aber ich kann das von der Aufmerksamkeit her komplett verstehen, weil Paramount Plus so ein Spatending ist. Und Star Trek auch einfach nicht das Marketingbudget hat, um mit sowas wie einem House of the Dragon mitzuhalten. Und da ist natürlich die Frage, wenn das halt das Zugfeld für Paramount Plus sein soll, puh, da ist das halt ziemlich bitter. Und wenn ich mir die Werbung angucke, die mir auf Facebook und Insta und so auf Twitter für Paramount Plus ausgespielt wird, dann sehe ich da von Star Trek ehrlich gesagt nichts. Ich sehe die ganze Zeit nur Top Gun. Ja, das ist ja auch das Zugfeld, was das angeht. Obwohl, zu Facebook-Werbung muss ich ja mittlerweile was sagen. Ich meine, wir sind ja die wenigen älteren Leute, die noch da unterwegs sind, was das angeht. Kennt ihr noch Facebook? Kennt ihr das noch? Irgendwie gibt es das noch. Aber jedes Mal, wenn ich überhaupt in Facebook reinschaue, um mal ein bisschen durch den Feed zu scrollen, wird mir zehnmal Werbung für Remarkable, für das Remarkable-Tablet rausgehauen. Ich habe schon bestimmt zehnmal auf diesen Werbeanzeigen gesagt, bitte nicht anzeigen, habe ich schon. Die Mühe habe ich mir gemacht, weil ich vielleicht mal was anderes sehen will als Remarkable. Ist Facebook scheißegal? Einen Tag später oder ein Reload später ist trotzdem wieder alles voll mit Remarkable-Werbung. Also da kann doch irgendwas nicht passen. Na, da stimmt unter Umständen das Frequency-Capping nicht. Also du kannst ja einstellen, wie oft hier eine Werbung an einen User ausgespielt werden soll. Da kommt so ein bisschen drauf an, wie die Kampagnenstrategie ist und so weiter. Da sagst du eigentlich, wenn der nach dem dritten, vierten Mal nicht reagiert hat, dann nimmst du ihn raus aus dem Funnel und dann ist der für dich nicht mehr interessant. Aber es kann natürlich sein, dass du halt trotzdem mal draufgeklickt hast, dann hast du dir unter Umständen doch wieder ein Tracking-Cookie an der Stelle eingefangen, möglicherweise. Oder die haben, das wäre halt der Klassiker, die haben halt einfach kein Frequency-Capping drin, was halt dann eine schlechte Kampagnen-Einstellung ist, was halt de facto Geldverbrennen ist. Ja, glaube ich gerne, weil, wie gesagt, ich habe das die letzten Male bewusst jedes Mal gemacht, draufgeklickt möchte ich nicht, habe ich schon. Ganz egal, beim nächsten Reload ist es wieder da und jetzt ignoriere ich es mittlerweile, es bleibt trotzdem. Also es kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist, ja, das ist natürlich nicht ganz frei. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass in der Business Suite, wenn ich da unsere Nerdistismus-Seite auf Facebook verwalte, der Post vom 30. Juni zu Obi-Wan Kenobi immer als erster angezeigt wird, wie als wenn der fixiert wäre. Der ist aber überhaupt nicht mehr fixiert und ich habe die App sogar schon deinstalliert und alle Daten gelöscht, es ist immer da. Aber nur in der App, ja, nur in der App. Also wenn ich das im Desktop mache, dann ist es ganz normal, kann ich das ganz normal verwalten, aber in der App ist dieser Post immer der erste und den kann ich nicht löschen, der wird nicht gelöscht, den kann ich da auch nicht de-end fixieren, was er ja gar nicht will ist und so weiter. Also das kann auch schlicht und ergreifend halt auch ein Bug in der App sein, aber ich sage mal, wenn es auf Kampagnen-Einstellungen ist, dann ist es meistens so, dass einfach die Kampagnen-Einstellungen schlecht sind. So, bevor wir jetzt aber hier beruflich werden. Danke, dass ihr die Folge dieser Marketing-Nerds einmal habt. Ja, genau, sollten wir wieder mal zurückschwenken. Wir haben ja noch so diesen zweiten Strang, bevor wir dann nochmal kurz über Cyborg reden, haben wir noch den zweiten Strang. Das war halt auch so, weißt du, da hast du diesen Oriona, diesen Oriona, der mich halt unglaublich an die Taser-Face aus Guardians of the Galaxy erinnert hat. Und dann hast du so Una und Pike, die halt dann irgendwie so von alten Geschichten auf Alpha Braga 4 erzählen, das haben wir halt auch irgendwie so wie bei Bug und Michaela, die haben auch die ganze Zeit so, weißt du noch damals? Ja, da denke ich immer so, ja, aber ich kenne die Geschichte nicht. Ähm, hm, hm, ich weiß es nicht. Das war für mich halt so, weißt du, auf der einen Seite soll das total ernst sein, oder ich weiß nicht, soll es ernst sein, soll es nicht ernst sein? Ich muss ja das Ende ernst nehmen mit Cyborg, aber dann soll ich diese Meuterei, die ist dann so Comedy-mäßig gespielt, ich weiß aber nicht, was ich mit dieser Folge anfangen soll. Also die Meuterei ist ja ganz klar die B-Story, was das angeht. Deshalb haben die, die B-Stories sind ja oft mit so einem kleinen Augenzwinkern dabei und dass sie es überhaupt schaffen, eine Meuterei da auszulösen in dem Schiff bei diesen Witzfiguren dabei. Das ist alles Augenzwinkern, das ist alles ein bisschen Spaß dabei und diesen Ton habe ich schon mitbekommen und da passt für mich auch, dass Pike und Una über alte Zeiten reden. Also das passt für mich besser bei denen, wo ich das Gefühl habe, die haben eine Geschichte, als bei Michael und, wie heißt er nochmal? Puck. Ja, als bei den beiden da zusammen. Die haben sich irgendwie zwei Rückblickfolgen haben wir die zusammen gesehen und dann sprechen die die ganze Zeit nur darüber, dass denen viel passiert ist, obwohl wir Michael drei Jahre lang vorher schon mit anderen Leuten kannten. Pike und Una Number One, die kennen wir nicht so. Da können wir zumindest rein interpretieren, dass die eine große gemeinsame Geschichte was haben, was das angeht. Also damit kann ich mehr leben, als bei den beiden. Ja, gut, okay, dann haken wir das unter, sollte lustig sein. Ja, ich weiß, ich komme bei der nächsten Folge dazu, was den Humor angeht. Das hat bei mir einfach nicht so gezündet. Ich sag, ich mag diese Episode, weil es einfach, es hat jetzt nicht die tiefsinnigsten Themen mit drin, aber es ist eine spaßige Enterprise-Gefangen-Folge mit ein paar, mit ein bisschen Dynamik zwischen der Crew, ein bisschen, wir erfahren wieder mehr über T'Pring und Spock, was diese Beziehung angeht und merken, dass da vielleicht doch nicht alles Gold ist, was glänzt und sowas. Also ich mochte diese Episode als in sich geschlossene Episode, die uns ein, die uns das, wie ich eben schon gesagt habe, die vertiefende Familie gezeigt hat, wie die zusammenarbeiten und andererseits ein paar neue Threads für die Zukunft aufgemacht haben. Genau, und dann wollen wir da an der Stelle nochmal über den Elefanten auf Vulkan sprechen, nämlich Cyborg. Den kennt ihr ja noch aus Star Trek 5, The Final Frontier mit dem berühmten Satz, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Das ist nämlich der Halbbruder von Spock, der aber Vollvulkanier ist, der aber dir dieses, jetzt habe ich nur, wie heißt das, was Spock dann da auch hatte, Kalimar gedöhnt. Ihr wisst ja, was ihr meint, ihr könnt uns, ihr schreibt es in die Kommentare, ihr schreibt uns eine E-Mail, beschwert euch, dass wir jetzt wieder nicht wissen, wie dieses komische Katra-Ding da heißt, der aber das komplett abgelehnt hat und halt eben seine emotionalen Seite komplett rauslässt. Ich verkürze es jetzt sehr, schaut euch diesen unsäglichen Teil an, wobei so schlecht fand ich den, also, naja, sagen wir es mal so, er ist nicht gut, aber er ist auch nicht wirklich schlecht, die Crew ist einfach inzwischen sehr alt geworden und für so ein Action-Ding, die waren dann am Ende des Tages bei Un-Discovered-Country mit so einem Krimi einfach besser aufgehoben. Egal. Cyborg ist natürlich wieder heftigste Lore-Implikation, da muss man sich natürlich fragen, okay, wenn der jetzt schon vorkommt, warum kennt den dann in Star Trek 5 keiner? Okay, okay, gut, ist halt so. Trotzdem glaube ich, dass man mit dem was machen kann, vor allem, wenn er wirklich jetzt schon, und deswegen ist er ja anscheinend inhaftiert, schon der Logik entsagt hat und gerade mit einem Spock, der, das hast du ja vorhin vollkommen richtig gesagt, in dieser Staffel ja extrem mit seinen zwei Seiten hadert, da kann man was Spannendes draus machen. Das Problem ist, ich habe Angst, dass es halt wieder nur bei der, könnte man was Spannendes draus machen bleibt, denn in der nächsten Folge werden wir ja eine Sache erleben, da hätte man auch was Spannendes draus machen können. Okay, warten wir mal ab. Ja, ich fand es ein nettes Easter Egg, dass er jetzt quasi, er war der McGuffin für die ganze Episode, aber solange wir nicht wissen, was jetzt mit ihm passiert und ob die Großen noch was mit ihm machen, hat das aktuell keine große Bewandtnis. Es wäre für mich halt ein Staffelende gewesen, so ein Shot. Ich glaube, am Staffelende zeigen die in der letzten Szene Kirk. Ja, warten wir es mal ab. Aber das wäre für mich so der, 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 die Post- Credit-Scene gewesen, Staffelende, irgendwie sowas. Das hätte ich das nochmal gemacht, aber gut, okay. Ja, also ich, ich würde mich freuen, da kann man bestimmt viel draus machen, ganz sicher, aber ich habe die Sorge, dass sie es sehr schnell beenden werden und ich glaube, dann springen wir jetzt einfach mal zur Folge acht, das Elysische Königreich. Eine Kostüme-Episode. Ja. Die Enterprise ist in einem Nebel, der Antrieb versagt und die Besatzung fällt in Ohnmacht. Dr. Josef Benger erholt sich schnell, doch seine Kollegen und Kolleginnen preisen ihn plötzlich als König aus dem Lieblingsbuch seiner krankten Tochter Rukia. Außer ihm begreift nur noch der telepathisch begabte Chefingenieur Hammer, dass alle Personen an Bord in einer Geschichte mitspielen. Der geheimnisvolle Nebel außerhalb des Raumschiffs hat Rikujas Nöte erkannt und will sie mit dieser Fantasie trösten. Doch die Macht dieser Intelligenz reicht weiter. Kann sie dem Mädchen dauerhaft ein glückliches Leben bieten? Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Es war langweilig. Ich fand's grottenlangweilig. Die Deko war mega lame. Klar, sie können halt hier keine Holodeck Episode draus machen. So wie früher. Früher wäre sowas eine Holodeck Episode gewesen. Die fand ich dann eigentlich auch immer nur so. Es ist halt so die klassische Bottle Episode irgendwie. Auch die hier bringt uns eigentlich nicht weiter. In einer Sache bringt sie dann noch weiter. Und den Humor fand ich fremdschemmäßig. Ich fand den wirklich fremdschemmäßig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es ganz viele Star Trek Fans da draußen gibt, die sowas megamäßig abfeiern. Die da also auf den Panels und auf der Fetcon, wenn die Stars dann da sind und sagen, ah, weißt du noch in Folge 3, bla bla, da bist du ja als Robin Hood in Strumpfrosen rumgelaufen, ha 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 und lustig lustig. Das mag ja auch am Set alles ganz witzig gewesen sein. Man kann ja auch dem, dem Peik ja teilweise ansehen, dass er manchmal fast mehr oder weniger loslachen muss, aber ne, 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 ne. Und das ist halt so ein Rückfall in meiner Meinung nach übelste Star Trek Zeiten, wo einfach kein Geld da war, wo man dann halt auf dem Mafia-Planeten, auf dem Nazi-Planeten, auf dem Römer-Planeten etc. dann gelandet ist, weil man kein Geld im Spukschluss-Planeten, Western-Planeten, ihr kennt den ganzen Kram. Die fand ich meistens alle ganz, ganz schlimm, diese Folgen, als Kind schon. Und daran hat mich das erinnert. Und dann auch hier wieder bei zehn Folgen, finde ich, hat man keine Zeit für sowas. Aber ganz, ganz, ganz schlimm fand ich halt die Auflösung am Ende. Das war, ah, da habe ich mich richtig aufgeregt. Das war also Lazy Writing mit Eichenlaub und Schwerter. Bin ich jetzt absolut gar nicht deiner Meinung, was das angeht. Also, ja, bin ich jetzt gar nicht. Echt? Also aus meiner Sicht war es schon ganz nett. Also, ich kann verstehen, warum sie diese Episode gemacht haben. Einfach um eine Hommage auf diese typischen Robin Hood und anderen Sachen zu bringen. Auf wo sie wieder dann in ihrem, auf der quasi Mittelalter-Messe unterwegs sind, um ein paar nette Kostüme zu haben und mal wieder so ein bisschen das Helden in Strumpfhosen rauszuholen, was das angeht. Also den, äh, äh, den, äh, den Point, den die machen wollten, also den Zweck dahinter, kann ich verstehen. Und die Art und Weise, wie sie es rübergebracht haben, fand ich auch ganz nett. Ja, es hatte so einige cringige Momente da drin. Das stimmt. Wo man sich gedacht hat, oh mein Gott. Aber dann andere Rollen haben dann wieder wunderbar gepasst. Also ich fand schon ganz nett, die Noonien singen, da ganz anders zu sehen, als sie sonst drauf ist. Also wir haben hier, äh, dann nicht die, äh, jeder hat halt eine komplett andere Rolle eingegangen und auch Anson Mount hatte ja durchaus sehr viel Spaß, auch wenn die Geduld sehr auf die Probe gestellt worden ist mit seinem Charakter, der dann am Ende da war. Aber dieses, dass sie mal was ganz anderes spielen konnten und sich alles rauslassen könnten, das hätte für mich noch mehr eigentlich wahrscheinlich in eine zweite Staffel reingepasst. Ja, zum Beispiel. Wenn man noch mehr, noch enger mit der, noch enger mit der Crew mit drin sind, das hätte meinetwegen dann auch in eine 21. Episode von 24 Episoden reingepasst, was das all angeht, so in den letzten Teil der Staffel, wo sie es jetzt gepackt haben, bei nur zehn Episoden, oder acht Episoden, die wir hier haben, ist es, ja, ist es grenzwertig, aber ich fand die Idee ganz nett dahinter, ich fand die Umsetzung ganz nett, die Kostüme waren ganz lustig und auch dieser, diese typische Fish-out-of-Water-Geschichte, wo der Doktor mal nicht nur leise vor sich hin flüstern durfte, sondern auch mal was anderes sprechen musste, war auch gut. Ja, ich hätte mir vorstellen können, dass sie das, die Geschichte mit der Tochter noch weiter heraus zögern könnten und noch ein bisschen so das Drama daraus melken, was man damit kriegen konnte. Ich glaube, das Problem mit dieser Folge ist einfach nur, wir haben keine 24 Folgen mehr in der Staffel und das kann man nicht unbedingt mehr so einfach, wie es früher war, mit reinbringen, auch wenn es eine wunderbare Hommage ist. Wir haben halt keine 20 Episoden oder zumindest sechs, sieben Episoden, wo wir die Tochter und ihn kennengelernt haben. Das ist jetzt die dritte Episode insgesamt, wo dann dieser Faden dann aufgelöst wird, dieser Story, Story-Faden. Am Ende ist es ja auch nichts anderes als so ein Crusher, der dann in die ewigen Gezeiten aufgeht mit einem allmächtigen Wesen so ungefähr, was das angeht. Das ist halt eine sehr startschwäckige Auflösung dieser Geschichte, die für mich völlig in Ordnung war, aber vielleicht einfach nur viel zu früh. Ja, richtig, das war natürlich die Wesley-Reisen der Geschichte, aber mich hat es so erinnert an diese Ariam-Storyline, die auch von der Idee her eigentlich total klasse war, wobei ich jetzt irgendwie mitgekriegt habe, dass gar nicht so viele Leute Freunde von dieser Storyline um Mbenga und seine Tochter waren irgendwie so. Ich fand die eigentlich vom Ansatz her super, aber mich stören ganz, 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 viele Dinge dabei und da meine ich gar nicht mal diesen dämlichen Märchenplot, ja, sondern da frage ich dich jetzt mal als Vater, ich meine, der spricht zwei, drei Sätze mit der und sie sagt, ja, ja, das macht der schon, dann sagt er, ja gut, dann mach es halt und dann lässt er die gehen. Es gibt eine ganze TNG-Folge, ich weiß gerade nicht mehr welche, ihr werdet es wissen, Michael, du vielleicht auch, aber schreibt es in die Kommentare, bei der die Enterprise einen verlassenen Waisenjungen findet, dem auch so eine Entität, ein komplettes Leben um ihn rum erschafft und die, und, und, und Picard belatschert die die ganze Folge lang, dass das halt nicht die Realität ist und dass sie bitte diesen Jungen gehen lassen sollten, auch wenn er dann zum Waisen wird und dann eben in der harten Realität aufwachen muss und nicht mehr dieses, ähm, Eitai-Tai-Gepemperer hat, was halt nicht die Realität ist. Eine ganze Folge, die sich darum dreht, ja, und hier wird, gibt ein Vater seine schwerkranke Tochter innerhalb von zwei Minuten an ein völlig unbekanntes Wesen. Come on! Come on! Ja, hast, hast du, auch hier wieder sehe ich zwei Seiten, einerseits sehe, sehe ich die Seite, dass es in diesem Storytelling, wie wir es haben, viel zu früh drin ist und wir hätten uns ein bisschen damit beschäftigen müssen. Seine Verzweiflung hätte halt noch größer sein müssen. Wir hätten ihn, weißt du, so alle zwei, drei Folgen sehen müssen, wie er was Neues probiert und es klappt wieder nicht und es klappt wieder nicht und es klappt wieder nicht. Und dann bin ich bereit. Genau, hier kriegen wir einen kleinen Zusammenschnitt und das war's, dann, dass wir gesehen, gesehen haben. Es ist, ich hab mir natürlich auch Gedanken darum gemacht, wie, wie hätte ich reagiert, äh, dabei. Sie haben es ja versucht, einem so ein bisschen nahe zu bringen, dass es jetzt quasi zu spät ist und jede Sekunde, wo sie aus dem Transporter-Buffer heraus ist, einfach nur tödlich, äh, ihren, ihren Tode deutlicher näher geweiht ist. Aber auch sowas sehen wir nicht, sowas wird uns ja nur erzählt, statt es da irgendwie einfach so eine Grafik gibt auf dem Computermonitor, wo halt der Körper immer roter wird oder whatever, irgendwas, dass die Scheiße halt bedrohlicher macht. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, verstehe ich. Also die Konsequenz daraus, als Vater, als ich mich damit beschäftigt hab, wäre wahrscheinlich er gewesen. Äh, da hätte ich die gleiche Entscheidung getroffen, weil hätte ich jetzt darauf pokern müssen, innerhalb von vielleicht einer Woche, die ich mit dem Kind noch hab, ähm, eine Heilung zu finden, die ich in den letzten neun Monaten oder zwei Jahren nicht bekommen hab. Also entweder lass ich sie sterben, oder ich lass sie ein scheinbar glückliches Leben führen, auch wenn ich nicht genau weiß, was dahinter steckt. Wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei gehabt hätte, weil diese Entität, ganz sinistere Untertöne dabei hat, dann, dann wäre das was anderes gewesen. Aber sie hat ja diese Realität genau für das Kind geschaffen und hat sie nach der Vorstellung des Kindes aufgebaut und hätte ja alle Leute da drin gelassen, was das angeht. Also sie hat ja scheinbar schnell eine Bindung dazu auf, aufgenommen. Auch wenn ich den Weg dahin genauso wie du kritisieren würde, dass das alles viel zu schnell geht und dass wir einfach nicht die Zeit dazwischen hatten, wäre wahrscheinlich die Konsequenz aus dem Ganzen heraus, dass ich als Vater ähnlich gehandelt hätte, auch wenn mir das mehr das Herz gebrochen hätte, als dem Kind am Ende. Aber das ist halt alles für das Wohle des Kindes, was da am Ende dabei rauskommt. Trotzdem, ja, ich fand's auch unglücklich, dass es, wir haben sie nur drei oder vier Episoden gesehen. Wir haben sie nicht gesehen, wie es visuell auch deutlich schlimmer geworden ist, die hat nicht angefangen zu husten, die hat keinen Ausschlag gehabt oder so. Sie saß immer nur in ihrem Stuhl und uns wurde an einem Bildschirm gesagt, ihr geht's schlechter und sie hat nicht mehr lange Zeit. Also die Art und Weise, wie es gehandelte, wie es gehandhabt wurde, hätte durchaus besser sein können und hätte dann auch, keine Ahnung, in einem, ich wiederhole mich, 24 Folgen Staffel hätte das in der 22. Folge als Auflösung dieses dramatischen Arcs wunderbar funktioniert. Haben wir nun nicht. Wir haben zehn Folgen und in diesen zehn Folgen vergeht die Zeit leider deutlich anders und dieses Timing haben sie dann in den Star Trek-Serien heutzutage einfach nicht raus. Ja, ja, und das ist halt schade, weil ich finde, das sind jetzt keine literarischen Meisterleistungen des Drehbuchschreibens, die man da irgendwie verlangt. Für mich klingt das irgendwie so nach einmal eins, um ehrlich zu sein. also, weiß ich nicht, ja, wenn dir jemand draußen Drehbücher schreibt und ich hier völligen Stuss zähle, dann schreibt uns eine E-Mail, ja, info.netizismus.de oder rantet gegen uns auf Twitter, aber ja, also, ja, es ist einfach, und ich sah es wirklich davor und dachte, come on, come on, echt jetzt und weil das halt, ja, weil ich jetzt eigentlich doch am Ende des Tages das ist, was den Embenga im Moment doch interessant machte, ja, ja, und, und jetzt ist er halt just another Schiffsdoktor, so, der hat jetzt überhaupt nichts mehr Interessantes, abgesehen davon, dass ich am Anfang schon so dachte, und auch hier nämlich wieder kleinlich, aber ich, ich gucke mir doch eine Science-Fiction-Serie an, und wenn ich eine Science-Fiction-Serie sehe, dann will ich eine Crusher sehen, die dann ganz viele Experimente durchdreht, wo der Computer immer sagt, äh, nee, hat nicht geklappt, aber was sehe ich hier, ein Arzt, der ohne Schutzbrille, ohne Computer, ohne alles, irgendwelche Dinge zusammen mischt, die dann auch, huch, Kelsöpries ihm im Gesicht explodieren, was dann halt auch so ein richtiger Red Herring der Folge war, weil ich ja erst, weil ja erst es so angelegt war, dass man dachte, ach, das hallaziniert ja alles, weil ihm das Zeug ins Gesicht geflogen ist, aber das war ja gar nicht so. Mhm, na, stimmt. Also wofür war das denn dann? Wie gesagt, ich sehe hier auch deine ganzen Kritikpunkte und ich kann sie auch durchaus nachvollziehen und ich kann denen vollkommen zustimmen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen dieser Folge mit dem, was ich gesehen habe, was sie damit erreichen wollten und was diese Episode einfach aussagen wollte, war es für mich ein nettes, kleines Stell-Dich-Eine-Hommage an frühere Helden in Strumpfhosen, Episoden, Holodeck-Geschichten, die genau so was dann gemacht haben. Wenn wir das jetzt einmal pro Staffel bekommen oder alle paar Episoden, dann würde ich mir Gedanken machen, aber so als, als Best-of einmal reingeschmissen für diese Crew, dass sie das einmal erlebt hat, wir brauchen dann noch eine Mirror-Episode, die da noch irgendwas zwischengeschmissen wird. Ja, stimmt. Passt. Passt. Deshalb, ich fand es ganz nett und wie gesagt, so einen Anson Mount zu sehen, wie er immer ganz anders schauspielert oder so eine Christina Chong, so die völlig aus ihrer Haut rausgehen, passt für mich. Das fand ich ganz nett. Vielleicht ist das aber auch so eine Sache. Vielleicht kann man Star Trek-Fans so einteilen in die mögen diese Western, Robin Hood, Mafia, Römer-Episoden und die, die sie nicht mögen. Dann bin ich Team, mag ich nicht. Eigentlich ich auch. Eigentlich ich auch. Eigentlich fand ich diese Dinger immer unglaublich nervig, weil mich viel mehr die wissenschaftlich fokussierten Emperioden interessiert haben. Das war so das und das bringt mich dann zu meiner letzten Notiz, weil ich das dann auch mal nachschlagen musste, nämlich das Boltzmann-Brain. Hast du jemals vorher von dem Boltzmann-Brain gehört? Irgendwo habe ich es mal gelesen, aber wenn man es mir gesagt hätte, hätte ich dir nicht sagen können, was es ist. Also das Boltzmann-Gehirn ist ein Gedankenexperiment, was übrigens eigentlich als Quatsch enttarnt wurde oder als, als, ja, war ich als, wohl als nicht ganz ernst gemeint. Das von Ludwig Boltzmann, nachdem ist das benannt, der Ludwig Boltzmann, das war ein aus österreichischer Astrophysiker oder Physiker und Philosoph und der hat sich eben über dieses Boltzmann-Gehirn Gedanken gemacht, nämlich sagt er, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich ein einzelnes Gehirn spontan in einer Lehre bildet, inklusive komplett einer Erinnerung daran, warum es in diesem Universum existiert, als, dass sich das gesamte Universum so bildet, wie man glaubt, dass es sich gebildet hat. So, also, ihr könnt euch ja mal den Wikipedia-Eintrag dazu durchlesen. Die letzte Geschichte, was ich dazu wusste, ich hab auch mal gehört, weil ich hatte es irgendwann, der Lesch hat das, glaube ich, mal erwähnt, aber der sagte halt, das ist eine von diesen Theorien, die so eigentlich ganz großer Quatsch sind und auch irgendwie so als Quatsch gemeint waren. Also, die war ich mehr oder weniger nur so ein Gag, den der rausgehauen hat. Aber lest euch den Wikipedia-Artikel durch, wenn ihr das, wenn ihr das da alles wissen wollt. Das hab ich jetzt an der Stelle nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ich glaube halt, auch in dem Fall hat man einfach nur was davon gehört und dann war es das genauso wie in Star Trek auch Dyson-Sphären ja nie wieder eine Rolle gespielt haben. Da finden die dieses unglaubliche Ding, dieses Wunderwerk der Technik und es kommt nie wieder vor. Es kommt nie wieder vor. Eigentlich müsste Starfleet Headquarter sofort in das Ding umgezogen sein, ja, und ich komme deswegen drauf. Gerade, die hab ich glaube ich im letzten Podcast schon erwähnt oder hatte ich so die gesagt, weil ich ja gerade die Mass Effect-Spiele, die es in diesem Monat umsonst bei PSN gab, jetzt wieder Spiele in dieser Anthology, Legendary Edition, whatever. Und da gibt's ja auch nicht gerade eine Dyson-Sphäre, aber auch diese Citadel, wo da alle Rassen zusammenkommen und die finden die halt auch einfach so random im Universum und bevölkern das halt dann so und wissen auch nicht genau, woher es kommt und wie es gemacht ist. Mehr sag ich jetzt nicht für alle, die es noch spielen wollen, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn es for free ist auf der Playstation, es kostet ansonsten 24 Euro, lohnt sich trotzdem. Da kommt es halt auch nie wieder vor, wo ich mir auch immer so denke, ah, man könnte noch so tolle Sachen mit so einer Dyson-Sphäre irgendwie gedanklich machen. Ja, aber wenn, wahrscheinlich ist es einfach so, wenn du dich tiefer da reingearbeitet hättest oder wenn es tiefer in die Serie reingepackt wird, dann hätte die ganze Serie genau nur noch daraus bestanden. Wahrscheinlich, ja. Das ist ja bei vielen Star Trek-Elementen so, dass dann irgendwelche Weltraumwahlen oder so da sind, die man dann am Ende nie wieder sieht. Das sind einfach nette Theorien und Konzepte, die in Planet of the Week Episoden verarbeitet werden und das ist auch immer der Punkt. Das ist quasi unsere Doctor Who-Episode der Woche. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Davon hatte es was. Ja. Aber das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, dadurch, dass wir beim Planet of the Week sind, bin ich guter Dinge, dass die nächsten zwei Folgen es rausreißen, dass das jetzt einfach mal so die Stinker-Episode dieser Staffel war. Sei es drum, da bin ich einfach optimistisch. Bisher wurde ich ja, sag ich mal, nicht enttäuscht. Das waren jetzt wirklich die ersten zwei Folgen, wo ich sagen muss, ah, okay, haben wir jetzt beide nicht gefallen. Ich kann aber akzeptieren, dass gerade die Folge 8 mit ihrem Kostümball, dass das durchaus auf viel Spaß da draußen trifft. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt null mein Humor und ich weiß nicht, Menschen, die sowas toll und lustig finden, die fragen halt auch auf Panels Patrick Stewart, was sein Lieblingsfrühstück ist. Das ist halt etwas. Damit muss ich halt leben. Das ist so, das ist mein Fremdschämen und nicht euer Problem mit meiner Fremdscham. Von daher würde ich sagen, packen wir heute die zwei Sachen, die zwei Folgen mal ein oder hast du noch was? Nö, sonst nicht. Also weiterhin mein Fazit. Beide Episoden ganz nett. Nicht sehr, naja, sie haben die Serie jetzt nicht in neue Richtungen geschoben, was das anging. Da haben wir schon bessere gehabt. Aber für mich keine Fales, was das anging. Also konnte ich mir gut ansehen und das wäre aber noch mehr, was ich von genau so einer Serie erwarten würde, wären sie, gib ihr 15 Episoden, gib ihr 20 Episoden und dann ein paar von denen dazwischen, passt für mich. Für 10 Episoden kann man sich wirklich fragen, muss das dazwischen sein oder wollt ihr nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Budget da reinhauen? Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich würde mal sagen, für heute lassen wir es hier gut sein und wir haben ja, glaube ich, schon öfters mal gesagt, dass wir wieder mal live gehen wollen und das werden wir jetzt auch tun, wenn nämlich dann am nächsten Freitag, den 6.1.2023 die letzten beiden Folgen gelaufen sind, die die Titel tragen, All Those Who Wonder und A Quality of Mercy. Dann habt ihr also, würde ich mal sagen, geben wir euch mal das ganze Wochenende Zeit, dass ihr die euch anschauen könnt und dann würde ich sagen, Michael, dann gehen wir doch am Montag, den, jetzt muss ich gerade mal in den Kalender gucken, den 9.1. wieder so gegen 20 Uhr, 30, 21 Uhr mal wieder live auf YouTube und Twitch. Was hältst du davon? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wunderbar. Muss ich meine Kamera wieder aufbauen, aber passt. Prima, dann machen wir das. Wir laden euch dazu natürlich ein, falls ihr jetzt hier neu dazu gekommen seid und noch nicht wisst, was wir da machen. Wir gehen gerne öfters mal, ja, wir haben es nicht mehr so lange nicht mehr gemacht, aber wir wollen es ja öfters mal Livestream machen. Morgen, wie gesagt, bei Last Geek Tonight am 2.1., da geht es über Ghostbusters und dann nächste Woche, dann machen wir das am 9.2. auf YouTube und auf Twitch. Das ist total einfach. Ihr könnt sowohl auf YouTube als auf Twitch dann diesen Livestream schauen. Dafür müsst ihr bei YouTube einfach mal nach Nerdistismus suchen und dann abonnieren und die Glocke aktivieren oder ihr schaut auf Twitch zu. Das könnt ihr auf dem Handy machen, das könnt ihr auf dem Browser machen, das könnt ihr auf dem Tablet machen. Ihr braucht für alles nicht mal einen Account, wenn ihr nur gucken wollt, aber wenn ihr natürlich auch da mitchatten wollt, was immer sehr, sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam ist, weil wir ja doch da eine kleine, aber feine Community haben, die rege diskutiert und ihr uns Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das natürlich über den Chat machen, dann braucht ihr aber einen Account bei Twitch respektive bei YouTube. Und wenn ihr dann nochmal mit uns in der Sendung sprechen wollt, dann könnten wir auch gerne über unseren Discord die Leitungen öffnen. Dann würde ich sagen, machen wir die mal wieder auf. Ihr kommt auf nerdizismus.de slash Discord und da könnt ihr dann live sozusagen wie bei Domian in die Sendung reingeschaltet werden und dann könnt ihr uns eure Meinung zu den letzten zwei Folgen Strange New Worlds, aber auch zu der ganzen Staffel sagen und wie ihr das so im Verhältnis zu den anderen Serien seht und so weiter und so weiter. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da mitmacht. nerdizismus.de slash Discord am besten schon mal anmelden, denn ihr müsst ungefähr so zehn Minuten auf unserem Discord-Server sein, damit ihr in diesen Chat reinkommen könnt, in diesen Sprachchat. Und deswegen wäre es glaube ich ganz gut, wenn ihr das am besten jetzt schon macht. So und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Wir wollen natürlich auch gerne ein Review von euch hören oder wir hätten gerne eine E-Mail an info at nerdizismus.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht, wie ihr denn aktuell die Folge findet, ob ihr mit der Release-Politik zufrieden seid, ob ihr das gut findet, dass das jetzt zweimal zwei Folgen jeden Freitag kommen oder ob ihr das, wie der Michael vorhin sagt, ob ihr das als Versendete achtet. Und wir wollen natürlich immer noch von euch wissen, in welcher Folge ich die Geschichte von dem N-Gage schon mal erzählt habe. Und wir wollen natürlich immer noch von euch wissen, was wir mit der Star Trek Blu-Ray Collection, Star Trek der Film anfangen sollen, was wir am besten da irgendwie wohl mal kommentieren oder was wir damit anfangen sollen. Überlegt euch was, schreibt es uns info at nerdizismus.de oder an die 01525 964 7709. Reviews, iTunes, Podcast Addicts, Spotify kennt ihr. Wichtig, wichtig und am besten noch empfehlt uns weiter. So. Hi. Jetzt habe ich aber ganz schön was rausgehauen. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank, euch vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns auf jeden Fall und hören uns am 9.2. auf YouTube oder Twitch wieder. Bis dann. Tschüss. Und Lava. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums des Podcasts Musik mü